Ja Philipp, 2-0 Sieg gegen Stade Luzalushi. Mit dem Wahnsinns-Guer von dir? Ja, es war gut. Ich hatte die erste Chance erstmals. Die musste auch rein sein. Ich habe den Kopf noch hängen lassen, dann ein paar Minuten später den Ball bekommen und von 25 Metern oder wie wir es waren, einfach draufgehauen. Und es ist ein Latak mit. Ja, ein solches Gefühl. Weisst du dir mal eins, die hast du aber unten? Ich kann auch noch rein. Einfach voll gut, weil ich den ersten nicht gemacht habe. Der geht jetzt rein. Verdient der Sieg? Ja, am Anfang war es schwer, zu mir zu kommen. 1-0 Führung. Und es war auch schwer. Sie hatten auch viel Ballbesitz gehabt. Es sind ein wenig mehr geredet am Anfang, aber die zweite Absamte haben wir es verdient. Und wir haben am Schluss gesehen, 16 Minuten, alle drei, mit Krämpfen nach vorne geredet und auch noch ein Goal gemacht. Zwei Spiele, zwei Goal. Super Bilanz von dir. Ja, es geht weiter. Ich will der Mannschaft helfen. Es gibt mir Selbstvertrauen und ich will auch der Mannschaft helfen mit meinen Goals. Hast du dir selbst ein Ziel genommen für Goal, das sollen werden, der Saison? Ja, aber ich würde nicht wissen. Ja, aber ich würde nicht wissen. Ja, aber ich würde nicht wissen. Ja. Ja. Ja.